guten morgen ein neuer montag der elfte wie war denn der zweite advent bei dir war der gut ich habe gestern mit freunden zusammengesessen und wir haben hier noch meine deko um wir haben eine bremer spezialität gegessen und haben hinterher gesellschaftsspiele gespielt das war ein toller tag das machen wir nicht immer am zweiten advent wo anja den teaser filmabroller ist jetzt aber leer oder anja hat mir nämlich versprochen dass sie alle 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 gucken möchte entschuldigt bitte also der kampf mit dem teaser film wenn ihr den live verfolgen ist da noch was drin jetzt bin ich auch noch an dich drangehauen entschuldige bitte olivgrün hier sind wir da sind wir genau olivgrün einer unserer marker sehr schön mit einer dicken spitze zum malen wir sind hier hallo videokamera hier oben mit einer diese elf ne so wir sind hier mit einer dicken spitze zum malen alles sein eigen leben und mit einer dünnen spitze zum schreiben sehr schön da freue ich mich olivgrün ja für dich einen ganz tollen tag was war heute der elfte genau montag der elfte und dann bis morgen tschüss tschüss oder died Untertitelung des ZDF, 2020